Das zeitlose Flair eines modernen Kronleuchters holen Sie sich mit den Serien Swing, Matrix oder Twist von Esluce ins Haus. Die Swing-Halogen-Deckenleuchten verfügen über ein verkromtes Aluminiumgehäuse. Jeder Arm ist drehbar, so schaffen Sie genau die Lichtstimmung, die Sie brauchen. Die Swing-Deckenlampen sind überall da einsetzbar, wo helles Licht benötigt wird. Besonders vielseitig ist die Matrix-Hängeleuchte. Die zehn beweglichen Arme können zu immer wieder neuen Formen arrangiert werden. Egal ob flach an der Decke oder als Lichtskulptur im Raum, die Matrix-Leuchten machen immer eine gute Figur. Überall, wo es auf edles Aussehen ankommt, empfiehlt sich die Twist-Serie. Das massive und verkromte Aluminiumgehäuse mit den eleganten Armen wirkt edel. Jeder Arm ist drehbar und kann so perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die moderne Leuchte eignet sich für Bad, Wohnzimmer, Treppenhäuser, Küchen und überall, wo helles Licht benötigt wird. Die Swing, Matrix oder Twist-Serie von Esluce werden allesamt mit G4-Stiftsockelleuchten mit maximal 10 Watt beleuchtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017